Mirko Salvi, Sie wechseln zum FC Lugano. Wie wichtig ist dieser Schritt für Ihre Karriere? Ja, es ist ein wirklich schöner Schritt. Es ist eine neue Challenge für mich und ich freue mich. Sie gehen ja auf Laibasis, Sie kommen vielleicht wieder zum FC Basel zurück. Was war bis jetzt der schönste Moment hier in Basel für Sie? Also mein schönste Moment ist klar, wenn ich meinen ersten Profiviertag unterscheidet habe und sicher meinen ersten Einsatz in Polen und in den Köpfen gegen Sion. Mirko Salvi wechselt zu Lugano. Wie wichtig ist dieser Schritt für seine Karriere? Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt für ihn. Er hat die letzten zwei Spiele, also eine Halbzeit in Polen mit uns gemacht plus ein Köpfen in Sion. Er zeigt, dass er wirklich gut gespielt hat und gut gemacht hat. Mir ist wirklich wichtig, dass jetzt dieses Angebot gekommen ist und es kommt zur Spielpraxis. Es ist wirklich gut und schön für ihn. Es ist ja auf Laibasis. Kommt er vielleicht vielleicht wieder zurück zum FCB? Also ja, das ist so, dass er jetzt sechs Monate bei Lugano geht und schauen wir, wie es dort passiert. Er hoffen wir, dass er zum Spiel kommt. Das ist das Ziel. Und das hat er auch gut gemacht. Und dann schauen wir, was passiert im Sommer. Aber das ist so geplant, dass er im Sommer zurück bei uns kommt. So, dann kommt ihr mal, wie das alles funktioniert. So, dann können wir das dringend. Untertitelung des ZDF, 2020